hallo liebe foto freunde warum werden fix brennweiten weniger oft von amateuren verwendet als zum objektive das ist etwas was ich mich immer schon gefragt habe in meinen fotokursen sehe ich teilnehmer laufen meistens mit zum objektiven von 70 bis 200 mm ich glaube das ist die beliebteste brennweite für fotoamateure natürlich kann man mit 70 mm brennweite schöne porträts machen und auch mit 100 und 120 mm aber für die tierfotografie sind zum beispiel 200 millimeter meistens zu wenig brennweite was aber heute schon beliebter wird ist eine 16 mm ultra weitwinkel brennweite bei voll format und die habe ich mir auch zugelegt wie ich schon im letzten video erzählt habe weil man das objektiv natürlich nicht nur zum fotografieren verwendet sondern auch fürs filmen und wenn man natürlich hier auch so quasi als selfie film hier die 16 mm verwendet hat man natürlich eine doppelte funktion für ein recht günstiges objektiv mit einer relativ stärken lichtstärke mit 2,8 in kombination mit canon rp ergibt es auch ein leichtes kleines transportables system zum fotografieren und filmen das schätze ich natürlich sehr und ich verwende es auch sehr gerne für architektur und landschaft aufnahmen zusätzlich ist auch zu sagen dass man ab und zu natürlich auch mit 16 mm porträts schießt das sind halt dann eher kreative porträts und das funktioniert besonders gut mit models die da keine angst haben dass sie da eventuell nicht gut rüber kommen weil die fotos schauen meistens relativ lustig aus was ich an dem objektiv schätze ist vor allem die größe im fotorucksack man kann es immer dabei haben und auch wenn man nicht vorhatte das objektiv zu verwenden greift man dann in den rucksack und verwendet es doch darüber hinaus habe ich auch natürlich dass 35 mm rf mit blende 1,8 und makro funktion sehr gerne im einsatz weil es ganz einfach ein objektiv ist dass auch beim filmen und fotografieren als mehrzweck objektiv verwendet werden kann man hat quasi ein makro mit wenn man das im rucksack hat und kann damit zumindest blümchen oder insekten abbilden flug insekten eher nicht da reichen die 35 mm brenweite für die distanzzone nicht aus und dieses objektiv hat aber auch einen integrierten stabilisator und wenn man dann noch mit der canon r6 und diesem objektiv arbeitet kann man bis zu sechs manche sagen sogar sieben blendenstufen gewinnen um bei ganz wenig licht damit zu filmen und zu fotografieren also auch das 35 mm objektiv ist wirklich eine empfehlenswerte brennweite standard fix brennweite bei dem ganzen canon rf objektive park und ein objektiv das natürlich jeder fotograf amateur genauso wie profi unbedingt benötigt ist der das gute alte 50 mm standard objektiv das wir natürlich gerne für alle möglichen situationen beim fotografieren und filmen einsetzen und wenn man kein 85 mm portrait objektiv hat dann kann man das 50 mm objektiv auch verwenden um patrice im fotostudio zu schießen man kann dann in der bearbeitung eventuell einen ausschnitt wählen um auch einen headshot damit aufnehmen zu können ich arbeite also sehr gerne mit den fix brennweiten und wenn man in der landschaft unterwegs ist muss man sich auch mehr bewegen und das soll ja angeblich gesund sein wenn dir das heute wieder gefallen hat dann bitte ich dich um den daumen nach oben unten abonnieren glöckchen nicht vergessen und du wirst nichts mehr versäumen mit dir ihn gut mit dir und und gel